hallo leute jetzt ich noch mal hier der schicko mein herrchen versucht gerade wie ein bekloppter videos zu schneiden ja das versucht er und ab und zu gibt es noch ein leckerli damit ich hier das sage was ihr hören wollt so irgendwie ja und ich wollte eigentlich nur sagen ja also also der versucht gerade lizenzfreie musik zu zu finden du damit wir keinen ärger kriegen und ich weiß auch nicht weiter weil ich kann ich singen ich kann ich singe und instrumente geht auch nicht und moment die vier belohnung danke ich wollte eigentlich euch nur erzählen das herrchen wird deswegen macht sozusagen zu um zu erklären warum unser der vorgänger also alles ist passiert in dem vorgänger und ich bin aus dem tierheim ich bin aus dem tierheim ja da bin ich hergekommen und ich bin aus dem tierheim und der behält mich ich hab dem so schon schon ich hab da so viele probleme mitgebracht und der behält mich trotzdem der behält mich trotzdem ja und und deswegen sind wir hier auf youtube gelandet ja jetzt mach ich auch ein bisschen bitte bitte moment da muss herrchen werden belohnung geben danke danke und wir suchen hier wie verrückt und wie die bekloppten ein bisschen musik für hintergrund und so die aber uns nicht kostet ich bin schon fertig ich bin schon fertig ich bin schon fertig ich bin hier noch was hin ich bin hier nochmal hin ja so ist gut so ist gut ja also ihr lieben das ist nicht so einfach auf youtube weil man muss ja nur lizenzfreie musik benutzen das ist ja kein problem irgendwie passt mal auf ich zeige euch mal wo die musik die gerade kommt die die müssen wir natürlich sagen wo die herr haben ja los alter zeigt hat der kriegt nicht mehr scharf hier alter kölft hier na jedenfalls also lange rede kurzer sinn ist von terrasound terrasound.de ja gibt mir noch ein leckerli danke so terrasound.de da da kommt gerade die musik so im hintergrund ein bisschen her ich hoffe ja so herrchen ist noch nicht so super ja ich auch noch nicht so leute ich bin also ich bin neu ich bin neu bitte helft mir so und also hast du ein leckerli hast du ein leckerli bitte bitte so danke danke so und wir müssen es auch verlinken ich hoffe dass er sich das noch mit reinkriegt in die kommen also hier in die beschreibung und so irgendwie aber wie sagt ich bin also ich bin kein also ich bin nicht klick geil deswegen dampf ich jetzt auch ab so ihr lieben renn gehauen der nächste song fängt an wir müssen stopp drücken tschüss tschüss